So, und da sind wir wieder mit Roachlexi Und wir gehen zum Boss Ich will den Typen endlich mal besiegen Das kann ja nicht wahr sein, dass wir so Abkacken Ja Komm schon Komm, Alter, lass uns doch nicht Penis Das ist doch Das ist doch scheiße, Alter Ah Paladin Rokage Nimm den Paladin 700 Gold Crit Damage Ja, komm, hier, passt schon Hui, Hui Alter, sind wir langsam Alter Alter, sind wir langsam Ich müsste mal was essen, ich habe übel Hunger Aber, naja Alter, das geht ja gar nicht Dass man so langsam ist Dass man so langsam ist Hm Da müssen wir nochmal was ändern Oh, ein Hühnchen Ein Cock Wupp, 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 wupp Wupp, 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 wupp Okay Okay Ich komm trotzdem ganz gut voran Nein Nein Heilige Ich muss doch mal Ich muss doch mal ein Hühnchen kriegen Komm Ja Ja, nein Was ist denn das für eine Scheiße, Mann Das ist doch Der war doch Der war fast down, Mann Das Ah Scheiße Oh, Mann Oh 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 Da draußen sind die Kräne, Alter Schon gleich mal nicht vorhandenes Luftgewehr raus Und dann geht das hier los, ey Okay Okay, pass auf Pass mal auf Hallo Hallo Lässt du dich mal nicht treffen What the fuck Jetzt reicht's It's ragey here Jetzt ist Der Raum ist scheiße Das liegt doch immer an den Räumen Das liegt näher mir Yay Für einen Sack Gold Wow Das war das Risiko echt wert Und dann kommt noch dieser Raum So Naja, wenigstens Ist dieser kleine Zauberer Magier tot Möchtegern Magier Zauberer Liegender Aha Gold Ich sollte vielleicht auch mal den Dash einsetzen damit Ist man eigentlich viel schneller Aber Nunja Perfekte Perf Fluchte Scheiße Junge Ah, hier sind wir ja reingekommen Oder? Dü 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 Hätt gern ein Hühnchen oder sowas Wow Das war aber auch Glück jetzt Naja, mit Glück kann man ja auch durchs Spiel kommen Ja, triff mich doch Ist doch okay Dreh dich doch Charakter Der dreht sich willkürlich Okay 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 Pass auf Pass auf Nimm das Geld mit Okay Okay Pass auf Slow Oh Easy Ja. So. Ich bin gut. Nein. Dammit. Good luck with the rest of the castle. Okay, dankeschön. Clown. Hab dich lieb. Ich mag keine Clowns. Trollraum? Nein. Das gibt... Knave? Knave? Barbarian Queen. Verstehst du? Wie ist das? Amor ab. Ja. Amor ab ist doch immer gut. Wie viel Schaden machen, ne? Ist auch so langsam. Na, mal gucken. Wir brauchen ein Ding. Trinket noch mehr Damage. Wir müssen schnell den Boss finden, sodass wir Full HP haben mit Barbarian King. Barbaria Blue. Okay. Wo kommst du her? Wir machen dem nur 37 Schaden. What the fuck? Ich hätte ihm irgendwas bei 60 gelesen. Kein Wunder. Na ja. Hm, 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 hm. Hö, 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 hö. Offel. No, die Dicken schaffen wir nicht One-Hit. Die Dicken. Hö, 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 hat Dicke gesagt. Lol. Weißt du was? Nö. Töte dich, komm. Ist okay. Das ist doch scheiße. Du bist ultra langsam, machst ultra wenig Schaden und hast über HP. Was bringt der an das? 314. Na, natürlich können wir damit nichts machen. Wir machen 50. Achso, wir können, wir haben eine gute Chance auf kritische Treffer, fällt mir da ein. Und ansonsten 50 Schaden ist ja natürlich auch nicht schlecht. Nun, gut, ich muss mal einen Schluck von meinem Orangensaft trinken. Ich zerstöre auch jedes Mal die Schülle da am Anfang. Als wäre ich hier zu Hause, Mann. Lol. Lol. Okay, pass mal auf. Die schießen noch nicht. Ich habe eine gewisse Ruhephase sogar. Wenn ich in den Raum reinkomme. Wuhu. Party. Ah. Party hart. Na, komm mal hier. Für dich reichen 50 nicht, oder wie? Muss ich das verstehen. Okay. 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 Alter. Willst du mich eigentlich verarschen, Mann? So eine perfekte... Fick... De... Ah. Nö. Einfach... Nö. Ja, komm, wir gehen uns völlig über Pautelan. Ich mache hier eigentlich gerade nur Scheiße. Ich muss mal ein bisschen... Ernster spielen. Moment. Das ist ja blocken. Stimmt ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Genau, da war das Hähnchen drin. Mh, mh, mh. Fuck! Fuck, fuck, fuck. Einfach reingelaufen. Ich bin sogar mitgelaufen. Naja. Ich hätte gerne mal wieder einen... Einen Dings. Einen Dings. Das ist eine Scheiße. Wir verkacken hier gerade so... Aufs Übelste. 37. Mit 105 kritisch. Oh Gott. Das ist natürlich... Auch geil. Nun muss man natürlich sehen, dass man überhaupt erstmal kritisch trifft. Klar, flieg erstmal rein in den Gegner. Das passt schon. Aber wir kriegen hier HP wieder. Wodurch auch immer, weil wir keinen Vapyrismus-Effekt eigentlich mehr haben. Aber ich beschwere mich nicht. Was für eine Scheiße. Nee. Lauf doch drüber. Also... Ich versuche es mit der Schlau-Variante. Dann klappt diese nicht. Dann versuche ich es mit der Rambo-Variante und dann sterbe ich. Das ist einfach... Der Kreislauf meines Lebens. Oh, hier kommen wir her. Der Kreislauf meines Lebens. Wie gesagt. Das ist doch... Was macht das Spiel mit mir? Das macht... Das bringt mich zum Schreien. Das bringt mich zum Weinen. Das bringt mich zum... Ich will nicht mehr. Scheiße, wie Mann, ey. Also das Spiel treibt einen an den Rand seiner Möglichkeiten. Und es bringt einen zum Weinen. Und überhaupt. Es bringt einen zum Sterben. Und zum Selbstmord. Zum Suizid. Zum Ritzen. Zum... Alles, ey. Das ist eine volle Familie-Packung. Erstmal Orangensaft. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Roadstick C. Und dann mal gucken, ob ich besser spiele. Wahrscheinlich nicht. Nein. Mal gucken.